Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal Amazing Nature Alpha, dem Natur- und Technikkanal. Mein Name ist Michael und wie ihr es dem Titel schon entnommen habt, geht es heute um das wunderbare Zeiss Loxia 21mm f2.8. Ich habe lange mit mir gerungen, endlich habe ich es mir zugelegt, ich hatte es schon lange im Visier und ich habe mir jetzt vorgenommen, es gebraucht zu kaufen. Das ist auch mal ein kleiner Tipp am Rande von mir, wenn ihr Objektive euch wünscht, die sehr teuer sind, wenn sie neu rauskommen, wartet einfach ein, zwei Jahre. Mit Sicherheit gibt es irgendeinen, der es wieder los haben möchte, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal wechseln die nur das System und dann könnt ihr viel Geld dabei sparen. Die meisten gehen sehr gut mit den Linsen um, weil sie einen Haufen Geld gekostet haben und deswegen empfehle ich euch, kauft sie euch gebraucht. Wobei, jetzt treibe ich mir selber den Preis in die Höhe, denn wenn ihr alle gebraucht kauft, dann habe ich weniger Auswahl. Aber Scherz beiseite, also es kann sich wirklich lohnen. Nun zum Objektiv, es ist das Zeiss Loxia 21mm f2.8 und der Konkurrent ist hausintern das Zeiss Bartes 18mm f2.8. Und ich hatte lange mit mir gerungen, welches der beiden ich denn kaufen möchte, denn ich wollte das für Sternentimelapse oder Sternenfotografie und auch natürlich für die Landschaftsfotografie. Und 18mm wäre schon verlockend gewesen von der Brennweite. Das ist ein Stück weit weitwinkliger wie 21mm. Aber was mir beim Zeiss Bartes 18mm nicht so gut gefallen hat, war, dass es Fokus-by-Wire ist. Es hat ja dieses eingebaute OLED-Display. Und das heißt, wenn ich hier den Fokus-Ring verdrehe, dann wird ein elektronisches Signal übermittelt an die Kamera, damit die Kamera weiß und Daten an das Objektiv sendet, inwieweit sie die Linsen zueinander verschiebt. Das heißt, es ist ein elektronischer Eingriff und nicht ein mechanischer Eingriff, so wie ich es hier habe. Durch das ich oft Timelapse hinstelle, die fünf Stunden laufen, war es mir dann doch ein Stück weit lieber, ein komplett manuelles Objektiv zu haben. Denn wenn ich hier den Fokus verdrehe und wenn ich hier die Blende einstelle, dann weiß ich, die bleibt wirklich dort, wo ich sie haben will. Und das ist das Schöne an dem Zeiss Loxia. Was es ansonsten noch damit auf sich hat, das kommt jetzt in der kleinen Vorstellungsrunde. Und da seht ihr dann auch ein paar Testbilder. Viel Spaß! Der Name Zeiss ist unter den Fotografen unumstritten ein Name, der mit höchster Güte und exzellenter Qualität in Verbindung gebracht wird. Das Loxia wurde für spiegellose Vollformat-Kameras von Sony konzipiert und besitzt ein E-Mount-Bajonett. Da es sich an Fotografen richtet, die klassisch kreativ oder gestalterisch arbeiten, stellt man den Fokus sowie die Blende manuell ein. Abstrakt ausgedrückt, man macht nicht einfach mal schnell ein Foto, sondern man atmet es. Das gegen Feuchtigkeit abgedichtete Objektiv ist inklusive der Gegenlichtblende komplett aus Metall gefertigt. Durch seine kompakte Bauform ist das Anbringen an der Kamera nicht immer so einfach, denn entweder verdreht man dabei den beweglichen Fokusring oder den Blendenring. Dieser lässt sich von F22 auf F2,8 verstellen und besitzt als Besonderheit einen De-Click-Mechanismus, sodass der Videofilmer die Blende weich und ohne Einrasten verdrehen kann, was hier jedoch noch deaktiviert ist. Dazu wird einfach an dieser Stelle diese kleine Schraube verdreht. In der Sternenfotografie hat sich das Objektiv schon längst einen Namen gemacht. Nicht nur wegen dem angenehmen Weitwinkel und seiner Lichtstärke, sondern auch gerade wegen seiner Schärfe und der Fähigkeit, Sterne wirklich rund abzubilden und nicht als Komma, wie es bei einigen anderen Objektiven gerade im Randbereich der Fall ist. Berühmt geworden ist es auch wegen den wahrscheinlich schönsten Blendensternen, seitdem es Fotografie gibt. Die Konstruktion der Blendenlamellen ist so aufgebaut, dass sie bereits bei offener Blende auftreten. Für meinen Geschmack sind sie bei Blende 18 am schönsten. Auch chromatische Aberrationen scheinen für diese Linse kein Problem zu sein. Selbst im totalen Gegenlicht konnte ich selbst bei feinen Strukturen keine entdecken. Die Randabschattung ist bei offener Blende jedoch durchaus zu bemerken und hätte für meinen Geschmack ein Quäntchen besser ausfallen dürfen. Eine große weitere Stärke des Zeiss Loxia 21mm f2.8 ist seine einmalige Schärfe. Überzeugt euch selbst bei den folgenden Bildern von der Leistung. Die Bilder sind so scharf, dass ich euch keine 100% Ausschnitte zeige, nein, sondern gleich 150% und einmal sogar 400%, damit ihr die Grenzen überhaupt erahnen könnt, wo die Schärfe aufhört. Mein Fazit zum weitwinkligen Loxia. Bereits jetzt hat sich das Objektiv in der Hall of Fame einen festen Platz gesichert. Die Leistung überzeugt auf ganzer Linie und die hochwertige Verarbeitung macht es unheimlich langlebig, wertstabil und zu einem echten Sammlerstück. Die damit erzeugten Bilder haben Charakter und Wiedererkennungswert. Nicht zuletzt deshalb, da man wegen der manuellen Bedienung bewusster fotografiert. Ja, willkommen zurück. Jetzt habt ihr gesehen, was es mit dem Loxia auf sich hat. Ich kann diese Linse uneingeschränkt weiterempfehlen. Es ist ein richtiges Sammlerstück, ein Liebhaberstück. Und es wird mit Sicherheit, wenn ihr es gebraucht bekommt, sogar den Wert noch halten, da ihr ja den ersten UVP-Block schon beim Erstkäufer gelassen habt. Somit eine klare Kaufempfehlung für dieses Teil. Es ist super scharf, es ist wunderbar damit zu arbeiten, schön leicht auf der Kamera und ihr habt ja ein paar Ergebnisse gesehen. Am Ende blende ich euch noch eine Timelapse ein. Eine geht noch, die ich auch mit dem Loxia gemacht habe und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude dran. Ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach unten in den Kommentaren. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.